Ich bin gerade dabei wieder Kitsch für mich zu machen. Ich liebe den Teigfuhl, den ich ja auch gemacht habe, eine Bastelgruppe gezeigt. Ihr braucht dafür stinknormale Wattepads. Ich nehme die immer und rubbel die auseinander. Man kann die auch in ganzer Breite nehmen, aber das finde ich hier blöd, wenn da so ein Karo-Muster ist. Und darum legt die Suppe immer so ein bisschen auseinander, ein bisschen rüber rubbeln und dann kommen sie auf den Stapel. Ihr wisst ja, ich sammle ja alles. Wenn ich irgendwo Verpackungen habe, werden die aufgehoben. Für irgendwas kann man die immer noch mehr brauchen. Und das ist ein alter Styropor-Rest, der in einem Karton drin war. Denn irgendein spitzen Gegenstand, ihr könnt einen Schaschlikspieß nehmen, ihr könnt alles nehmen. Ich habe den Gattenschraubendreher-Dingsbums hier geklaut. Ich nutze ein LED-Licht. Man kann aber auch hier das normale andere nutzen. So. Dann fangen wir mal an. Ihr nehmt euch die Wattepads mit der rauen Seite nach unten. So. Und dann drückt ihr sie hier rein. Stück an Stück oder Stück für Stück. Wie ihr wollt. Man muss ja nicht immer jede Verpackung wegschmeißen. Und die Möglichkeit hat ein bisschen sich was hinzulegen. Wenn ihr seid auf dem Dachboden, seid draußen, ja ey. Boah Leute, ich bin total kaputt. Ich hab heute so 2-3 Stunden Jattenarbeit gemacht, Laub gehiked. Ich bin alt. Ich hab schon die ganze Nacht nie geschlafen, aber früher hat mich das Uni umgehauen. Und wenn der Gatte nach Hause kommt, dann denkt er wie jedes Jahr, oh, das ist was zu essen. Das ist wie sie, Masse. Ja. Und wie jedes Jahr wird er sehr enttäuscht sein, wenn er sieht, das ist noch Styropor mit Wattepads. Ich hab im Übrigen früher meine ganze Treppe da mitgemacht. Ich hab mir lauter Styroporplatten so am Rand dran geklebt und dann hab ich die alle mit Wattepads gemacht. Das war eine elendige Arbeit, aber das sah total cool aus. Dann hab ich da lauter so ne kleinen Eisbären runterrutschen lassen. So sieht der da schon aus wie was zum Naschen und davon mach ich auch die ganzen Kränze und alles. Weil wie gesagt, wenn ihr die ganz lasst, viele haben immer Probleme, dann gehen die nie rein. Das ist echt ein Problem. Ich finde mit so kleinen Sachen kann man auch so schnell kleine flinke Schenke machen. die ja nicht teuer sind. Dafür muss man ohne jetzt der Bastler sein. Ich hab hier schon mal so einen kleinen Rand freigelassen. da kommt nämlich mein Teelicht hin. so. war das voll schön. Ich hab so einen schönen Regenbogen gesehen. da bin ich schon mal sehen. So, wenn ihr jetzt erwachsen seid, dann lasst ihr das so. Macht noch ein bisschen Deko, ein paar Sternchen oder wisst ihr was? Ja, wenn ihr ein bisschen irre wie ich seid oder wenn ihr Kinder habt, also meiner hat sich damals tierisch gefreut und selbst gemacht, das hier steckt und dann konnte der da seine Autos und wie es ich war alles mit drauf machen, das war der Hammer und dann hat das auch neu geleuchtet und das in sein Zimmer, dann nehmt ihr euch ein bisschen Haarspray, das belligste Wattet ihr habt, muss ich erstmal kicken, dann sprüht ihr das damit ein und dann macht ihr Glitzer drauf. Dadurch, dass das jetzt mit Haarspray ein bisschen fixiert wurde, klebt das da dran, wie Hulle. So. Schon mal cool. Guck mal ein bisschen Glitzer. So. Und wenn ihr ganz verrückt seid, so wie ich, ich habe ja vom lieben Atelierkunstkreis jede Menge Kittys gekriegt. Ihr wisst, ich bin ja Kitty-Fan. Nehmt ihr euch eure Heißkleberpistole, macht dann Tropen Kleber, Heißkleber ran und setzt mal ein paar Kittys rein, wa? Ey, bleib hier, nicht in Ohnmacht fallen. So. Jede Menge kleiner Kittys. Die wollen hier auch alle drauf. Der Vorteil ist natürlich, ihr könnt die Kittys ja danach wieder nutzen, weil den Heißkleber kriegt ihr ja wieder abgezuppelt. Wenn ihr z.B. so kleine Mädels in der Familie habt, was verschenken wollt, glaubt mir, das kommt immer an. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich würde mir das auch schenken lassen. Weil das ist so weit, was nicht jeder hat. Wie ihr sagt, falls ihr auf Flohmärkte und so Kittys findet, sagt mir Bescheid, ich rufe euch die ab. Für Kittys ist man nicht so erwachsen. Gut, einige würden mir da widersprechen, aber die sind noch real. So. Ich weiß nicht, wenn der Gatter nach Hause kommt, der lacht sich kaputt. Wenn er den geht, dann müssten lauter Harleys drauf sein. Aber wie gesagt, für den bastel ich wieder aus Kronkorken. Einen wunderschönen Adventskalender. Ach, Adventskranz, Mensch. Wo sind die Netten? So. Wartet. Ich krabbel mal rüber. Schaut mal. Ist das cool? Das ist der Mann gesteckt der ganz anderen Art. A funkelt das wie wild. Und ich finde das ist was, das nicht jeder hat. Wie hat meine Mutter immer neu gesagt, als sie gelebt hat? Kind, du brauchst irgendwas, was dich einmal am Tag zum Lachen bringt. Naja, und mich bringt so was zum Lachen. Wenn du morgens aufstehst und setzt dich am Küchentisch zum Frühstück und dich grinst schon so was an. Was gibt das lustigereit? Alles gut. Ich bin gleich. Ich bin gleich. Vielen Dank.